Hallo liebe Freunde der Neugier, jeder kennt diesen Song, der einem irgendwie im Kopf rumschwirrt und dem man nicht mehr los wird. Wie zum Beispiel, ich seh mein Herz. Oder der hier. Die Rede ist vom Ohrwurm. Inspiriert wurde dieses Video übrigens von Gronkh. Trönung des Schönsten. Oh, Schnauze raus auf meinem Kopf. Ich hasse Ohrwürmer. Kennst du Ohrwürmer? Die sind so furchtbar. Wie passiert das eigentlich? Wie entstehen eigentlich Ohrwürmer, frage ich mich, die man ja die ganze Zeit, die ganze Zeit immer wieder, die ganze Zeit im Kopf hat ohne Pause. Würde mich mal interessieren, wie sowas zustande kommt. Wäre mal ganz interessant. Und genau deswegen erkläre ich heute, wo der Ohrwurm herkommt und wie man ihn am schnellsten wieder los wird. Vielleicht schaut Gronkh ja sogar zu. Also, los geht's. Das Fiese an Ohrwürmern ist ja, dass meistens so blöde Lieder sind. Aber meistens sind es halt eben diese Lieder, die so einfach zu merken sind, weil sie eben so einfach gestrickt sind. So einfach. Alles ist so einfach. Wenn doch alles nur so einfach wäre wie Ohrwürmer. Ein wichtiges Merkmal für einen Ohrwurm ist, dass man den Song vorher schon mal gehört hat. Meistens verbindet man sogar bestimmte Emotionen mit ihm. Befinden wir uns dann in einer Situation, wo wir eben diese bestimmten Gefühle wieder haben, auch wenn sie vielleicht nur unterbewusst sind, wird der Song in unserem Kopf abgerufen. Und das Gemeine am Ohrwurm ist ja, dass er, wenn er erstmal da ist, auch nicht so schnell wieder weggeht. Das liegt am sogenannten Cyganic-Effekt. Der besagt, dass wir unerfüllte Aufgaben und unvollendete Gedanken uns selbst wie nennts Gehirn rufen. Das ist quasi eine eingebaute Reminder-Funktion unseres Gehirns, damit wir unsere Aufgaben auch wirklich erledigen. Das kennt man dann ja auch von Serien, die zum Beispiel einen Cliffhanger haben. Da muss man dann immer weiter gucken, immer weiter gucken, bis man von alleine einschläft oder sowas. Und ein Ohrwurm verhält sich genau wie ein Gedanke. Meistens erinnert man sich ja nicht an den ganzen Song, sondern immer nur an einen kleinen Teil, zum Beispiel an einen Refrain oder sowas. Da wir den Song aber in unserem Kopf nicht wirklich vollenden, bringt unser Gehirn den Song dann in Dauerschleife. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich die Ohrwürmer selber aus, oder man versucht ihn so schnell wie möglich loszuwerden. Schauen wir uns erstmal die erste Möglichkeit an. Wenn man viel Musik hört, die einem gefällt, erinnert man sich auch tendenziell eben an diese Musik. Dadurch hat man tendenziell eher Ohrwürmer von den Songs, die einem gefallen. Und sind wir mal ehrlich, es gibt Schlimmeres, als seinen Lieblingssong dauernd im Kopf zu haben. Menschen, die weniger gezielt Musik hören, sind natürlich eher anfällig für Melodien aus unserer Umgebung. Und dann schummeln sich so fiese Werbe-Jingles oder von Serien oder sowas in unserem Kopf. Ich seh in deinem... Und wenn es dann doch mal passiert, dass man so einen nervigen Song nicht mehr los wird, habe ich zwei Wege gefunden, die helfen, dass man den Ohrwurm aus seinem Kopf bekommt. Nummer 1, Kaugummi-Kauen. Das soll dem Gehirn vorgaukeln, dass wir irgendwas vor uns her murmeln. Dadurch soll das akustische Kurzzeitgedächtnis beeinflusst werden und die Ohrwürmer werden unterdrückt. Die zweite Möglichkeit ist eine leichte Denkaufgabe. Ist die Aufgabe allerdings zu einfach, wie als wenn wir jetzt zum Beispiel durch den Wald spazieren, oder ist sie zu schwer, lassen wir uns viel schneller ablenken und der Ohrwurm kommt wieder zurück. Am besten geeignet sind wohl leichte Rätsel, wie zum Beispiel Sudokus, um den Ohrwurm loszuwerden. Ich hoffe, ihr versteht jetzt das Mysterium um den Ohrwurm etwas besser und ich danke grand für die Videoidee. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet und vielleicht über andere Sachen aufgeklärt werden möchtet, klickt einfach unten auf den Abo-Button. Weitere Videos habe ich euch mal oben in der Infobabde verlinkt. Also, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss, euer Schlaumacher.